die hallo wie geht's denn so willkommen zu einer weiteren folge eldenring und solange ich jetzt hier bin im menüfenster schaue ich doch mal was ich eigentlich für eine kriegsasche bekommen habe und außerdem wollte ich hier mir die tränen ja doch anschauen ja und das hier nein das hier nein moment ja kriegsasche verleiht eine waffe affinität ja ja bodenschlag springt hoch in die luft und schlag und schlag weiter vorne auf wie ein meteor oder der schock wenn alle richtungen fesseln was ok da ach man maus ist das eine arschbombe oder was okay okay aber ja wo hier war das genau vielleicht in der wunderbaren arznei hatte ich das in der dritten kirche von marika nördlich des nebelwalds bequält die brücke der hochstraße und folgt dem fahrt der tiere nach norden was ist das jemand laut sich den ruinen eines wegpunktes an nichts an den straßen durch dem grabe ok wie auch immer ja das war das drehen und was weiß ich noch schaue ich mir an so schaue ich mir an wenn ja wenn ich neun na knaden furzt ist er ja freigeschaltet habe ansetzen das hier bei flaschen verstärken nein okay das ist das zählt nicht als heilige träne nein warte mal wie kann ich das machen die langsame bla 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 kann in einer flasche der wundersamen arznei gemischt werden das ist keine flasche der wundersamen arznei okay dann ist das wenn anderes ging gewesen denn noch was ich habe vergessen zu gucken wie man konnte an griffe machen kann ich bin gleich wieder da entschuldigung ja hallo da bin ich wieder ich habe nachgeschaut ich soll wenn ich gibt einen eingriff geblockt habe dann den schweren eingriff drücken nicht den leichten oder so was gibt es hier ah ne mine mit fetten spitzhacken alles klar oh was ist denn das ähm ups oh tatsache was oh oh äh das muss ich noch irgendwie lernen cool an sich ganz cool ja an sich ist das wirklich ganz cool also was ist das denn hier schmiedestein als ob kann man die hier sammeln okay okay what das sind sehr hart okay okay ops oh oh man also geht doch die taste hat nicht gut funktioniert sag mal bist du feindlich ja wenn wir dir das erst klaut äh das muss ich noch lernen okay 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 hehehe ich nehme ein doppelschwert das sind echt harte okay das wird so nicht klappen gehe ich mal zurück zum schwert was ist das für erz ja eigentlich hallo bist du feindlich ja oh 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 Okay, das war der Gegner. Wo ist der andere? Okay. Alles klar. Oh man, haben die den Steinhaupt oder so? Oh. Oh. Au. Mann. Mann, Mann, Mann. Fackeln. Vielleicht bringen ja Fackeln was. Moment. Gut, das war's. Äh. Ich hab keine Tränke mehr. Ja. Okay. Das ist nicht so gut. Ähm. Wäre cool, wenn man das erst abbauen könnte. Ah. Okay, das war's hier. Schmiedestein. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Okay, Moment. Ah. 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 So ne Statue, okay. Was? 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 Au. Hey, er brennt. Ne, 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 ne. Oh, was hat das nicht? Sprengstein. Oh. Oh. Oh, hier ist nix, hier ist nix. Okay. Schimmerstein-Überrest. Oh. Schöne Steine gibt es hier. Ich hab schon... Hab ich drei bekommen? Ich hab drei bekommen. Oh. Verbricht das Juweli und verbraucht FP. Schafft einen magischen Bolzen. Aha. Ein Stück Schimmerstein voller instabiler Magie bindet man in Krebs. Kristalltunneln. Zerbrecht den Stein und verbraucht FP, um einen magischen Blitz zu erzeugen. Wegen seiner geringen Qualität und hohen Brüschigkeit würde ein Zauberer diesen Stein keines zweiten Blickes würdigen. Das ist ein kleiner Stein mit glühendem Kern. Explodiert beim Wurf auf Gegner und fügt den Feuerschaden zu. Eine Granate! In Minen werden diese Steine zum Sprengen von Felsen eingesetzt. Leider weiß nur niemand mehr, wie man diese Steine herstellt. Oh. Oh. Kanada! Bah! Oh, er hat's. Ach, nö. Jetzt hab ich drei am Popo. Oh, lol. Toll. Ähm. Oh. Nein. Au. Hilfe. Au. Irgendwo steck dich fest. Oh mein Gott. Zauber, 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 Zauber. Angriff. Killed. Nein. Killed. Okay, er zaubert. Alter. Habe ich gerade mehr geheilt? Okay, das war gerade sehr gefährlich. Ich muss jetzt hier irgendwie rauskommen, ohne zu verrecken. Halt, warte mal. Okay, das geht nicht mehr. Okay. 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 Da war was. Aber dahin gehe ich noch nicht. Ich schaue noch mal nach oben. Also. Ich habe es nicht ganz. War da irgendwas? Hier gab es nichts mehr in der Wand. Nein. Nein. Oder? Nein. da oben war irgendwas daß 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 oh gott ah oh ich hab noch ein zauber ok was das dunkelschmiedestein ok cool äh folgendes ich geh nochmal zurück solange der zauber anhält nein das war's schon ok das war's schon zurück geht nicht oder nein doch doch nein ok ein moment äh nein ja nein ja so ähm interessante erze die es hier gibt ich war mal in so einem äh erz oder erz und mineralienmuseum äh keine ahnung mehr wo das war äh da gab's ist ne menge wunderschöner exemplare aus verschiedenen äh teilen der welt ob zum beispiel den minen aus ruthni in kasachstan oder in in irgendwo anders ok ah ok ok ich sind ja noch 2000 seelen das war cool Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Das war auch zu früh. Ach, Mann, jetzt muss ich meine Seelen wiederholen. Das war blöd, uns vorbereitet in einen Bosskampf zu gehen. Oh. Oh. Meine Güte. Was ich hier für Sachen mache. Ah. Toll. Äh, gut. Wölfe? Wölfe. Äh, wie viel FP habe ich jetzt? 49, wie viel brauchen die Wölfe? 55. Ach, eben. Hätten den Trank nehmen sollen. Na gut, na gut. Äh, das war das, das? Okay. Ah, okay. Mhm. Ich hatte mich erwischt, ich hatte noch alle duma. Nein, Wolfi Oh, 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 oh Yes, 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 yes Schnell, schnell, schnell Yes Nein Nein Wo bin ich denn schon wieder? Nein, Wolfi Nein, der andere Wolfi Daneben Okay 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 Was? Was macht er jetzt? Das gibt es doch nicht, ey. Wir hatten jetzt der Vision. Nein. Nein, mach noch Wolle. Oh, oh. Nein. Jawohl. Ja, Medaillon des Pullens. Alter Schwede. Das passiert, wenn man vorbereitet reingeht. Uiuiuiui. Ihr habt natürlich sofort den Weg genommen, der zum Boss führt. Ah, mein Herz. Hilfe. Was habe ich bekommen? Verstärkt Pullen und Odem Angriffe. Oh, ich habe nichts von beidem. Hilfe, mein Kopf schwindelt. Ein Ponzi Medaillon mit Pullen sind ein Riesen. Boah, verbessert Pullen und Odem Angriffe. Die Riesen waren einst Todfeinde des Erdenbaums. Ihr Gebrüll verwüstete die Natur, löste Lawinern aus und entfachte flammende Stürme. Ah, deswegen sind sie sozusagen jetzt fast klar. Oder wie das auch ist gerade. Okay, das wäre das. Jawohl. Oh, 3.700. Hey. Oh, ich habe das. Oh, ich habe das. Okay. Da war ein Gang. Ah, nee, den hatte ich schon, oder? Ich glaube, den habe ich doch gerade gehabt. So. Stufenaufstieg? Äh, glaube. Stufenaufstieg? Oh. 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 So. So. Oh. 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 Mann. Pungerattacke geht schneller, als wenn ich nur so mache, oder? Oh, die haben keine Ersten mehr. Jawoll. Oh, okay, die sind echt schneller, was jetzt das Angreifen betrifft. Yes. Okay, scheinbar war das Material nur einmal da. Gut, das wäre das. Äh, noch nicht. Noch nicht. Ah, man. Merkt ihr, die machen schnellere Angriffe als du. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt meine Lektion gelernt. Ah, warten. Mann. Das ist ganz angenehm. Yeah. Nice. Oh, eine Spitzhacke. Hallo. Ah ja, bringt Feuer überhaupt was? Ich habe es ja nachher von nichts ausprobiert. 22 Stärke. Okay. Warte mal. Die Hälfte davon sind elf. Ich habe zwölf. Ich kann die führen. Wie viel wiegt die? Zehn. Ach, du Heilige. Okay, Moment. Das mache ich weg. Äh. Das. Weiß ich nicht. Ich probiere mal die Fackel. Vielleicht bringt das was. Aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Wissenschaft halt. Nein, hier bin ich rüber gesprungen. Stimmt. Nee, oder? Hallo? Ah, hier. Ja. Ja. Ah, hier bin ich rüber gesprungen, glaube ich. Okay. Dann, was ist hier? Ein Hund. Okay. Das war der Hund. Oh, große Schimmerstellen über das. Okay. Oh, oh. 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 Okay, solange nur einer kommt. Ja, die Fackel. Ah ja, das bringt ja nichts. Stimmt ja. Nein, jetzt kommt der Hund. Äh, höh, 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 höh. Junge, lern's doch mal. Ich bin schneller als du. Doch. Gut. Warum auch immer hier eigentlich eine Hütte ist mit Dach. Das macht eigentlich keinen Sinn, aber okay. 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 Dankeschön. Okay. Okay, hier unten gibt's nix mehr. Ah. Okay. Dann war das das. Schauen wir uns mal die Spitze. Was war das? Okay. Ah. Das war's. Schauen wir uns mal die Spitzhacke an. Wieso? Elf? Müsste ich doch tragen können. So. Immer noch nicht. Hä, warum? Wieso kann ich... Wieso kann ich... ... ...wieso? Warum kann ich das Ding nicht tragen? Wird das nicht... Stärke 22 durch 2 sind 11. Ich habe 12 Stärke. Hä? Okay. Dann eben nicht. Schauen wir uns zumindest mal die Move-Sets an. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Mhm. Okay. Und mit einer Hand. Okay. Aha. Gut, wie dem auch sei. Was wird dazu geschrieben? Eine große Spitzhacke, um Felsen zu spalten. Das typische Werkzeug kräftiger Minenarbeiter. Eigentlich nicht als Waffe entworfen, aber ideal, um Rüstungen zu durchschlagen. Mikrig. Mikrig ist ungeziefer. Glaubt ihr, eure Rüstung wäre härter als Stein? Das ist ein gutes Argument. Talent behaaren. Verankert eure Haltung im Boden und sammelt alle Kraft, um kurz euer Gleichgewicht zu stärken. Während ihr dieses Talent verwendet, erleidet ihr weniger Schaden. Denn, oh, das ist ja super zum Tanken. Ah. Okay. Ein hier. So. Packel. Jetzt. Gut. Da war ich. Dann zurück zum Eingang und dann sind wir hier fertig. Jo. Da war ich. Da war ich. Da war ich nicht. Doch, da war ich. Da war der Typ. Genau. Ach ja, wir haben doch ein neues Item bekommen. Hier. Fünf davon. Großer Schimmerstein überrest. Er bricht das Juwel und verbraucht... Er schafft viele magische Bolzen. Okay, ein großes Stück Schimmerstein voller instabiler Magie findet man in Kristalltunneln. Verbrecht den Stein und verbraucht FP, um einen magischen Blitz zu erzeugen. Achso. Da steht ja genau das Gleiche. Einen magischen Bolzen, viele magische Bolzen. Okay. Spare ich mir mal. Und hier war sonst nichts weiter mehr. Okay, dann sind wir hier durch. Hm. Eine Sache möchte ich noch probieren. Einfach aus Interesse. Äh, hier. Ja. So. Nein. 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 Schade. Nein. Schade. Wow. Beyblade. Weeblade. Gut. Äh. Ja. Um nicht zu verrecken. Äh. Mach ich mal folgenden Zauber. Mache ich mal folgenden Zauber. Da hin. Genau. Das war's sonst. Poin. Yeah. Okay. Das war's. Okay. Okay. Dann wenn ich... Dann haben wir, glaube ich, die Ruine jetzt erschlossen, oder? Äh. Äh. Nope. Das hat nix gebracht. Okay. Hm. Warte, was? Moment. Wo ist... Verringert Sturzschaden. Hat ja so viel gebracht. Das war da, oder? Doch da? Hä? Ach, verdammt. Ich hab' ne Idee. Ich hab' ne Idee. Entschuldigung, das hab' ich grad wirklich nicht gesehen. Ah. Alles klar. Alles klar. Gut. Ähm. Das war's. Ich würd' sagen, wir könnten's... Mal, just for fun... ...jetzt gegen den Drachen probieren, oder? Wenn man ihn denn bekämpfen kann. Moment, was ist das denn jetzt noch für'n Gang? Warte mal. Oh. Oh. Wir sind hier doch nicht fertig. Moment. Oh, Mensch. Oh, oh. Oh Gott, war das knapp. Oh, Mensch. Das war... ...sehr knapp. Ich sollte springen. Ich sollte springen. Eieieiei. So. Nochmal. Noch ein Versuch. Oh. Ah, ja. Ach, Mensch. Oh. 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 Ah. Ach so, war das gedacht. Ach so. Ja. Ich spiel' irgendwie das Spiel nicht so, wie es die Leute... ...oh mein, wie es die Entwickler sich gedacht haben. Okay. Aber jetzt, glaub' ich, bin ich hier fertig. Hallo? Ah. Erdgeschoss, Eingang, Mine. So. Ja, dann würde ich mal sagen, Geronimo? Wölfe werde ich nicht probieren, weil ich bin mir, ja, ich bin mir sicher, dass es nichts gegen den Drachen bringt. Oh. Oh. Ist er überhaupt böse? Er ist böse. Er ist böse. Er ist sehr böse. Okay, wie viel Schaden hat das denn gemacht? Ach du heilige. Dankeschön. Oh nein. Oh nein. Ah, du heilige, was man das? Ich sollte nur Böhmieren machen. Hä? Wie, mit dem Flügel? Hey? Ich brauche vielleicht eine größere Klinge. Ähm, ich nehme mal... Tata. Tata. Aha. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich und mehr Rosinen machen, wie mein Pferdchen. Äh. Hier, wie viel habe ich? Ja, eine Menge. Äh. Äh. Ich mache mal... So. Oh, stimmt, es geht ja nur 30. So. Ähm. Und? Warte mal, warte mal, ich habe doch... Äh. Äh. Hier. Jawohl. Wo ist mein Ding? Da ist mein Ding. Hallo, don't mind me. Nene, nene, nene. Äh. 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 Oh nein, nein, nein! Oh nein, nein! Oh nein, nein! Oh nein, ich bin zu der droite! Oh nein, nein, nein! Super! Mensch, ich wollte doch springen. Wenn man sich verdrückt, ne? Ja, Magikast-Fall. Äh. Menno. Oh. So, oh. Nein. Sag mal, nimmst du das Ding jetzt mal? Also. Man kann auch den Korpus. Oh. Ich bin doch gesprungen, weil ich den so nicht aufreißen muss. Leute. Oh. 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 Nein. Okay, ähm, ja. Ouch. Heiße Angelegenheit. Äh, da. Warum bin ich nicht bei Marikas Pfahl gespawnt? Hm, wer weiß. Hm, mehr Rousinen. Brauche mehr Rousinen. Nein. Ja. Äh, drei. Eins, zwei, drei. Jawohl. Ai, 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 ai. Ai, hopp. Nee, sind wahrgestanden. Wo bringen die Wölfe was? Oh, es regnet. Oh, herrbar. Oh, es regnet. Wo ist denn mein Ding? Hallo? Ach, hier. Es regnet. Es regnet. Ich ruf mal die Wölfe herbei. Oh. 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 Au! Mann! Ja, das waren die Wölfe. Oh, ist das echt Ausdauer, um anzugreifen? Auf einem Pferd? Okay. Oh. Wer darf das? Weiß ich nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ach, keine Ausdauer, deswegen macht er nichts. Oh, oh. Oh, oh. Oh, cover. Nice. Oh, okay. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Hallo, Krabbers. Ich bin wieder weg. Ich bin hier über die Beine. Lalalalalala. Oh, ich bin wieder weg. Ich bin wieder weg. Au. Oh, ich bin wieder weg. Ach, dir geht es gut, na schön, wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut. Oh, keine Tränke mehr, boah. Oh, das ist jetzt interessant. Oh. Oh. Okay. Okay, wo ist er? Nein, er hat dich besättet. Der Penner. Marne. Genau. Mensch, ich könnte irgendwas aus der Pflanze machen. Es gibt irgendwas im S-Motor oben. Ich poderia füster es zu lassen. Und ich könnte es nicht die Handeln slightly hören. Oh no 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 Nein! Oh! Nein! Nein, nein, nein! Och, Mann! Ja! Ach, verflixt und zugenitt. So, hallo! Fleckdarstellung. Ja, bitte hier. Äh, drei. Äh. Hallo. Don't mind me. I'm just going through. Dem, 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 dem. Das macht nix. Muss man den töten? Ist er böser eigentlich? Oder fühlt er sich nur bedroht? Oh, das macht nix. Hallo. Äh. Kein böse genug zu sein. Ich würde immer spät, wenn ich springen würde, in einem Grund. Oh, oh. Nein, da kann ich nicht mit dem Bügel auch noch schlagen. Ah. Oh. Was? Ich habe doch perfekt ausgewiesen. Ich bin doch perfekt ausgewiesen. Oh. Meine Güte, ey. Vielleicht probiere ich erst mal den goldenen Typ da zu machen. So. Da hinten. Hey, wo ist er hin? Ach, da. Äh, folgendes. Oder versuche ich es noch einmal? Ach komm, wieso nicht? Ist ja nur ein Spiel. Ja, ja, ja. Hallo, hallo, hallo. Ja, la, la, la. Wah, wah, wah. Ja, rar, 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 rar. Hm. Nein. Bitte. Ohne längere Waffe. Ich hab ihn jetzt. Okay. Oh. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nein, Mensch, mach doch die Attacke, Jungen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Nein, das war so perfekt. Ich weiß, dass der den Schweifschwung macht. Ich weiß, dass der Schweifschwung macht. Ja, kletter doch den Berg ab und her. Ich weiß, dass der Schweifschwung macht. Komm her, Junge. Ich kann da nicht rankommen, wenn du dort an der Wand hängst. Ich weiß, dass der Schweifschwung macht. 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 Ja! ich hab doch nicht mehr Mensch oh oh ich dachte schon na, dem geht's gut, alles klar дерu dir nicht, ich werde Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh wow, oh wow Nein Du hast esse? Ok Entschuldige, wenn ich gerade nichts sage Ich bin gerade ein bisschen konzentriert Oh wow Oh wow Nein Nein Böse Felsen Oh wow Oh wow Oh wow Das ist unten Arras Oh wow Was ist das? Waaaaaaaaaaaaaaaaaah na komm schon ich wusste es ich wuche auf die Ausdauer ich werde es 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 ich lebe noch 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 oh mein Gott ich lebe noch 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 ich lebe noch